Seid zneidisch, wa? Das war ich. N-n-n-n-da-te-ba-yo, koi-ts. Chikara, johai na, kimi. Koi, koi, kau? Ooooh, je... Na-tan requires again. Naruto-kun, make sure你的名字 varias типas. Shizu... Richards, you were probably here, N-n-n- Na-to is already here. Cause Asuma obviamente, because you really know like asthma, work in the discuss between the senses, Entschuldigung, Ino. Ich habe mich etwas überrascht. Es ist etwas überrascht. Es ist etwas überrascht. Es ist Naruto, oder? Nein, es ist etwas überrascht. Naruto! Dado! Das stimmt nicht, Georgie! Ich bin hart. Hm? Das ist so. Ich hatte meinen älteren Gesicht. Ich war die Decke. Ah, es war ein blödes Laufen. Ich vergleiche gerade nur Sakura und Ino. Scheiße ist das Flachland bei Sakura. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich bin mit Naruto. Ich bin mit Mori. Ich habe eine neue Flachland, und ich habe eine neue Flachland, so gehst du in die Kirche. Hä? Eine neue Flachland? Was ist das? Ich habe eine neue Geschichte, und ich habe eine neue Flachland. Ich werde in die Kirche gehen. Ich habe es schon gehört. Naruto. Oh. Du bist mir bewusst. Ich habe etwas ausgesprochen. Darauf kannst du das Gift nehmen. Ich werde ihn so fertig machen, dass er nicht mehr weiß, ob er vorne und hinten ist. vor allem nicht schon ha ha heißt also darauf kannst du es nehmen Luft einige wenige Chakras Charaktere können Jutsus aus duft ach komm mir die behaarten Eilerstöcke ich habe kein gutes gefühl dabei sei wachsam Naruto worauf du Gift nehmen kannst sonst werde ich nämlich deinen verfickten Arsch aufreißen und da kann er nie wieder sitzen ich dachte du wärst ruhiger geworden aber du hast dich echt nicht geändert jetzt weiß ich nicht ob ich enttäuscht oder erleichtert sein soll also dann los geht's also dann los geht's gut gemacht jetzt ist es schön zu wissen dass die Sache mit so einer Kugel abgeschlossen ist ich bin echt froh dass ich mich nicht mehr mit diesen beiden Hitzköpfen abgeben muss hier das wär ein gutes Geschenk für Tenten wundervoller Blumenstrauß ja Siggi ähm was würdest du damit sagen ein Geschenk für mich na gut ich nehm es an aber warte nichts im Gegenzug dafür bäm ein Herzchen bei Tenten was dieser Ninja da hinten wohne wollte ich habe dieses Gesicht noch nie zuvor gesehen ich bin fett ok weiter geht's das war mit diesen Typen da hinten los ein neues Team in die das was alles so bedeuten akkw ich nicht ich muss das unbedingt mit Lei zu nahe besprechen und hi sagen für darauf kann sie wenden äh Gift nehmen die die in in es kann es die die re die 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 Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was haben wir mit Naruto und Nartos? Ja. Was ist das? Ich bin sorry, vorhin. Ich möchte mich mit einem anderen Team der Freunde zu sein. Ich möchte mich mit einem anderen Team sein. Das ist das? Das ist das. Wie ist es das? Du hast das immer gemacht, wenn du sie mit der anderen Fluren spenden. Deine Meinung nach. Du bist der 7th Fluren Respongebung bester, dass du sehr gut gemacht hast. Die Fluren auf diesem Fluren zu fielen. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin D. Ich kann dich euch auf jeden Fall fragen. Du bist, dass ich dich da bin. Du bist, du bist ja so schnell! Ich bin für mich, ich bin für mich. Ich habe noch nicht geholfen, aber ich habe noch nicht geholfen, dass ich noch nicht geholfen habe. Deswegen habe ich mich und Scylla entschieden. Was ist das? Na ja! Na ja, ich werde jetzt ein Thema sprechen. Heute, das ist das Thema für dich, die Beobacht und die Beobachtung. Beobachtung? Ich sage die Beobachtung, Sakura. Ich werde dir das Thema erklären. Ja. Kucken wir auch, oder? Ja, das ist sicher. Aber wenn ich den Informationen habe, dass ich mich nicht verletzen möchte. Oroch verletzt. Ich kann mich allerdings auch von der Uchha-Sasuke-Sasuke-Sasuke ausführen. S...Sasuke-Sasuke-Sasuke? Das ist die Aufnahme des Uchha-Sasuke-Sasuke? Das ist doch schon ein Kind für die 3 Jahre. Ich bin ein Kind für den ersten Mann, den in der Kaka-Sahan. Ich bin ein Kind für den Kaka-Sahan. Ich kann mich nicht aus, aber ich hab dich nicht in der Kaka-Sahan. Ich werde dich bei den Kaka-Sahan. Ich bin ein Kind für den Kaka-Sahan. Das war's für mich. Das war's für mich. Ja. Ich werde diese Arbeit nicht ohne Schwer zu gehen. Kakschi-Büro geht auf den Tentiköo. Wir werden alles in die Kunoha-Büro beherren. Ja! dummkopf schwachkopf soll es angeheißen wie bitte der ist unser Teammitglied aber jetzt sollte ich mich lieber vorbereiten vorbereiten für den Arsch wir gehen natürlich direkt los würde ich sagen helfe Frau Läden vorbei hier und je das ist nur ein großes Haupttor ja da ja 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 ja